Hallo liebe FCK Fans, das sechste Türchen wird heute von unserem Hauptsponsor Allgäu Latschen Kiefer, der perfekte Partner für Muskeln und Gelenke, präsentieren. Gewinne jetzt ein tolles Paket mit Allgäu Latschen Kieferprodukten, einem FCK Heimtrikot, einem Fanschar und natürlich eine Mund-Nasen-Maske. Und unser Capitano hat auch noch eine kleine Farbe. Zudem könnt ihr noch die schlichten aber, wie ich finde, sehr schönen Polos vom FCK im Onlineshop für einen super Preis ergattern. Gibt's für Erwachsene, gibt's für Kinder. Alles was ihr hier seht, wird für euch als Verlosung bereitstehen und eben im Fanshop. Und wir als Mannschaft wünschen euch eine sehr schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund und einen schönen Koloss. Dach. Dach. Untertitelung des ZDF, 2020